Wird das selbstständige Autofahren bald verboten? Bei ihrem Besuch in Argentinien am 8. Juni 2017 machte Angela Merkel laut Welt.de vor Studenten im Wissenschaftszentrum Polo Scientifico Technologico eine Bemerkung über Autofahrer, die viele deutsche Autoliebhaber entsetzen dürfte. Zitat Wir werden in 20 Jahren nur noch mit Sondererlaubnis selbstständig Autofahren dürfen, denn wir sind das größte Risiko. Zitat Ende Mit wir meinte Frau Merkel selbstverständlich, die Autofahrer. Sie zeigte sich vom autonomen Fahren überzeugt. Das meint, dass Fahren in einem Auto, das selbst entscheidet, selbst denkt und lenkt. Die Bundesregierung fördert die Forschung an dieser Technik seit Jahren. Das autonome Fahren soll demnach nicht nur eine Möglichkeit, sondern ein Zwang. Und das bisherige selbstständige Steuern durch einen menschlichen Fahrer die genehmigungspflichtige Ausnahme seien. Eine Vision, welche die Beschneidung der menschlichen Eigenständigkeit und Unabhängigkeit unter dem Deckmantel der Sicherheit noch weiter vorantreiben will. Äh... 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 Äh,osseimizin... Untertitelung des ZDF, 2020